Okay, ein Thema hatten wir eben gerade, Dankbarkeit. Ist enorm wichtig. Dankbarkeit. Ist auch eins aus diesen Themen der negativen Schleife und auch dieses Negativity Bias, also die Negativitätsprägung, weil wir finden ungeheuer schnell Sachen, die wir schlecht finden an uns und an anderen. Das klappt gut. Und wirklich mal drei Sachen, also das kann ich nur empfehlen, vom Schlafen gehen, drei Sachen, für die man einfach dankbar sein kann. Dürfen auch wieder die gleichen sein, ist egal. Aber das hatten wir eben hier auf der Wiese, zum Beispiel dankbar darüber zu sein, dass man gegessen hat. Dankbar darüber, dass ich hier sitzen darf. Das sind schon Riesensachen. Und dankbar darüber, dafür, dass ich atmen kann. Man muss das wirklich trainieren, das kommt nicht von selber. Dankbar, dass die Sonne zwischen den Bäumen hervorguckt. Das ist auch ein schöner Ausblick. Dankbar, dass ich eben Qigong, ein bisschen Tai Chi und ein bisschen Yoga machen konnte. Man muss es, muss es wirklich sich selber einüben. Ist so. Das reicht für das Thema für heute, als Thema für heute. 20 Minuten mit Lautstärke. Und wie immer, erst mal vollständig atmen. Ich gehe davon aus, dass ihr schon ein paar von diesen Meditations-Apps ausprobiert habt. Am Anfang ist immer erst mal den Körper einrichten. Wenn euch zu kalt ist, holt euch am Anfang noch was. Oder wenn euch zu warm ist, zieht es aus. Also am Anfang wirklich viel Aufmerksamkeit dem Körper schenken. Also auch mit ihm, mit dem Körper, mit eurem Körper freundlich, aufmerksam und gelassen bleiben. Einen Tage herge. Willst du jetzt bitte? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020